Ich denke, es wird schwieriger, als ich mir das jetzt vorstellen. Ciao Zähma, wir sind Familie Hotz, wir sind von Chur und wir machen mit beim Dry January. Ich würde sagen, dass ich sicher einmal in der Woche Alkohol trinke. Am schwierigsten, einen Monat lang kein Alkohol zu trinken, ist eigentlich nur dann, wenn irgendein Fest ist oder so, wo wir mit der Anbietung anstossen. Ich hoffe vom Dry January, dass ich jetzt weniger Geld brauche vielleicht. Verrate ich eigentlich keine. Ich mache jetzt mal mit und bin gespannt, wie das wird. Ich stelle in dieser Challenge, wie man auch ohne Alkohol fester und schön haben kann. Es braucht Biss und das finde ich, dass tut es Menschen gut.